So, hallo und herzlich willkommen wieder bei Cager Games. Heute mit einer weiteren Kurzkritik, denn es geht heute um Sing. Den habe ich mir jetzt angeschaut, weil er jetzt ja auf DVD und Blu-Ray rausgekommen ist. Und es geht um Buster Moon, einen kleinen Koala, der ja ein großes Theater hat. Und ja, es läuft halt leider nicht so gut und er muss eine große Show auf die Beine stellen, damit das irgendwie wieder klappt. Und dafür macht er dann eine Castingshow, eine Gesangscastingshow, also so ähnlich wie DSDS im Grunde. Weil das Lustige ist, auch Daniel Hartwig, also der das moderiert bei DSDS, der spricht Buster Moon. Deswegen, das ist ganz nett gemacht und insgesamt ist diese Tierwelt sehr schön erschaffen worden. Also mir hat sie persönlich sehr, sehr gut gefallen. Und insgesamt macht der Film Spaß, es sind tolle Charaktere, es sind verschiedene Geschichten, die alle sehr, sehr gut erzählt werden. Diese ganze Welt ist irgendwie auch logisch erklärt und ja, insgesamt ist der Film wirklich sehr, sehr schön geworden. Er ist auch nicht zu lang, es macht Spaß, den zu gucken, was ich nicht gedacht hätte bei einer Castingshow. Allerdings muss man sagen, dass diese Tierwelt anscheinend noch nie so eine Castingshow hatte, weil die sind alle noch so gehypt von dieser Castingshow und wir können sie irgendwie auch nicht mehr sehen. Deswegen, das ist so ein bisschen komisch, aber sonst insgesamt ist es ein guter Film. Und ein sehr schöner Animationsfilm, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, den mir hier anzugucken. Und ja, kann ich euch definitiv nur empfehlen, was für Groß und Klein, definitiv. In diesem Sinne war es das, bis demnächst. Belast ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt und auch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. In diesem Sinne, ja, immer schön weiterzocken. Ciao!